Eine Romeria ist eine übers Land führende Wallfahrt, auf der die Wallfahrer die Figur der Jungfrau Maria oder eines Heiligen begleiten. Gewöhnlich handelt es sich um den Schutzheiligen des Ortes, in dem die Romeria gefeiert wird. Die Wallfahrt führt bis zu einer Kapelle, die normalerweise außerhalb des Dorfes liegt. Während der Romeria beten die Menschen, genießen das Zusammensein in der freien Natur und tanzen und singen in Verehrung der Heiligenfigur. Die bekannteste Romeria ist die der Birchen del Rocio, zu der sich Bruderschaften aus ganz Spanien und selbst aus ganz Europa treffen. Jedes Jahr kommen dabei mehr als eine Million Menschen zusammen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017